so oder herzlich willkommen zurück zu Residenz-Evil 7.0 er sagt wir sind diesmal in einem Video mit Mia unterwegs und müssen vor dieser Frau fliehen dieser mehr gerät um sie sind plötzlich zu er steht Mädchen was willst du brauchen das ist so zu tun wo muss ich hin Alter wo kommt sie von da kommt sie das verdient außer dich jemand einzulassen und dich zu verpflegen komm nicht hier lang Jack war auch so blöd also es ist möglich oh sie ist noch da scheiß auf die Gabe ich war einfach nur weg hier ich werde hier durch was ist das hier oh Gott oh die kommt hier rein oh die ist gleich hier komm bitte sei genauso blöd wie vorher und denk guck nicht in diese Ecke aber okay okay anscheinend hat sie etwas mit Zoe vor die fährt man auch ein bisschen mehr und sie braucht Ethan wo ist er denn jetzt hallo oh oh da vorne noch da brauchst du aber ein bisschen lange hier ich dachte du stehst schon hier irgendwie hier vorne nein komm nicht hierher Alter wie lange braucht die denn lahme Ente jetzt ist es aber hier nicht hier rüber nicht hier rüber nein 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 links links da da bin ich schau mal da nach nein wo ist sie jetzt ist sie wieder reingegangen oder ist sie jetzt links ich will lieber nicht nachgucken die schwingen doch erst jetzt ich will ich will ich will meinen Babys zum Frasor werfen und den Garten mit den Überresten düngen was du willst mich deinen Babys zum Frasor werfen und mit den Garten mit den Überresten düngen jetzt geht so ja ja fresse ihr macht halt falsch jetzt anscheinend wie er so ein Spiel ja ja eine Spinne diesmal ja so ein Schattenspiel oh ich glaub ich hab's schon bisschen oder passt dazu ja es passt ok ok ist dann hier können wir von Margaret fliehen boah schnell hier dann schnell raus hier oh man genauso gestört wie Jack und Lucas wird bestimmt auch nicht anders sein es ist nur die Frage wie es dazu gekommen ist bin mir nicht sicher die 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 waren vorher nicht so da muss bestimmt irgendwas gewesen sein bestimmt die war vorher Mädchen im hier 9 oh nö scheiß auf die Gab lass mich ja einfach in Ruhe Dass ihr mich nicht gesehen habt, ey. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Ihr zeigt es mir einfach nur scheiße. Nein, ich nehme euch nicht an. Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen. Und du, passt verdammt nochmal nicht auf. Nein, 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 nein. Versuch, nicht deiner Keine zu entkommen. Dafür kein Weg aus, Fräulein. Hab ich gesehen. Sieht wie ein Teil von etwas aus. Alter. Und jetzt? Und jetzt? Was soll ich jetzt tun? Ist das ein Bild? Was ist jetzt passiert? Hallo? Wo denkst du, dass du hingehst? Wow. Oh, bitte vorbei. Oh Gott. Jack, Alter. Jetzt müssen wir wie mit Jack rumsalbern hier. No. Aber wir haben die, die, äh, hier, die, Flinte, also die, äh, defekte Flinte. Also wir können jetzt zurück und uns die Schrubbflinte holen. Aber schnell. Ich hab nämlich keine Ahnung, wo der, äh, wo dieser dreckige Jack jetzt ist. Wir müssen ganz schnell die Flinte, äh, die Schrubbflinte holen und in den Keller. Denn mit der Schrubbflinte haben wir schon, äh, viel, viel mehr Chancen. Weil ich ja auch vor allem noch ein, äh, neunmal Munitionen gefunden habe. Und das ist mehr als genug. Hoffe ich mal zumindest. Braucht dann bestimmt nur so zwei Schüsse oder so. Ja, zwei oder drei Schüsse oder so, um, äh, um die zu killen. Oh, das bräuchte ich jetzt ein bisschen. Und jetzt ist jetzt so ein Strich, so ein Ladestrich. Muss jetzt ein bisschen laden. Beim ersten Video hat's auf jeden Fall nicht so lang geladen. Ich glaube, ich muss sogar das Video jetzt so... Was haben sie dir angetan, Mia? Ich glaube, ich muss sogar das Video früher beenden. Denn, ja. Was ist das hier? Das ist das Buch, wo der Hundekopf drin ist. Nein, den kann ich nicht mitnehmen. Hier, ich muss das nicht. Hau weg. Vorjag kommt. Gib den Hundekopf her. Blauer Hundekopf. Das. Und das ist das Keep Sonic. Oh. Vielen Dank.